Schon wieder letzter Schultag. Der war halt ein bissel rührender. Für die Klasse habe ich verabschieden müssen, dürfen, wie man es nimmt. Jetzt wollte ich gerade mit den Lehrern essen und jetzt fall ich noch mal in die Schule, weil dort habe ich die Schokolade abgelegt. Nicht, dass man die da schmilzt und dann geht es wieder nach aus. Also, das Video wird kurz und schmerzlos, weil wie der letzte Schulter rausschaut, das wissen wir ja schon. Und dann habe ich es, mein Brotts. Vim. Musik So, jetzt haben wir gar nicht lange mit umgetan. Ich bin zu Hause und starte in die Ferien. Musik 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 Musik